So, willkommen ... zu ... Oh, die Musik schon, die ekelt mich richtig an, ich erinnere mich. Also, ich erklär euch kurz Do You Copy. Ich spoil euch nicht, ich erklär's euch kurz. Do You Copy habe ich vor längerer Zeit mal gespielt. Die Community ging steil und die Community wollte mehr. Ist ein echt gruseliges Game, muss ich schon sagen. Ich krieg jetzt schon Gänsehaut. Geht nicht so lang, eine Runde zehn Minuten. Ich weiß, dass wir circa eine halbe Stunde spielen, weil wir alle Enten sehen wollen und ich find's gruselige Scheiße. Weil du bist quasi in einem Turm und du bist Wärter. Und es gibt in diesem Wald öfter jetzt in letzter Zeit Fälle, in denen Menschen verschwinden. Und wir wissen nicht, warum diese Menschen verschwinden. Und wir werden's schnell genug herausfinden. Und es ist unfassbar gruselig. Ah! Ich hasse es. So, wir gucken mal ganz kurz. Da hört ihr schon dieses Geräusch. Ah, es ist ekelhafte Scheiße. Okay, ich play. So, willkommen zu Do You Copy. Hier ist unser Job. Liegt da irgendwas für mich? Nee. Wunderschöner Wald. Hätte ich generell eh Angst, muss ich ehrlich gestehen. Hier kann ich quasi... Ah nein, das ist schon gruselige Scheiße genug. Ich hab schon genug für heute. Wir machen aus. Danke, Keule, für dein Prime. Vielen, vielen Dank. So, was haben wir denn hier? Grace Wind Park. So, hier sehen wir den Park. Alles interessant. Interessant. Sehr schön. Ja, ja, ja. Ein Bett. Ein Bett und hier mit offener Tür. Ey, ich würd nie hier schlafen, ne? So, was ist denn das? The Goatman. Mhm. What? The same thing. Dasselbe Ding. Tower Four. This is Tower Two. Das war halt hier, das Tower. Tower Radio Check. Over. Okay, da möchte mich jemand kontaktieren. Everybody. Come in, Tower Four. Do you copy? Over. Tower Two. Hier ist Tower Four. Ich bin da. Good to hear, Tower Four. Kicking off for the night. Heart's all yours. Over. Okay, so. Ich hab ihm jetzt quasi gesagt, dass ich hier bin und er kann jetzt schlafen gehen. Ey, dieses Geräusch, ne? So, das ist richtig ekelhaft. Ich kann das so... Kann man das nicht irgendwie auch in schöner Druckschrift anzeigen lassen, Mann? Hallo? 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 Ist jemand hier? Oh, oh. Äh, hallo. Hier ist der Feierturm 4. Over. Oder nichts sagen. Oh Gott. Ich weiß es nicht. Wir spielen jetzt mal normal, damit die Leute, die es nicht checken, überhaupt ein bisschen was abgeht. I saw this channel listed over the trails out here. I need you to help me. I lost and something is chasing me. Please. You have to help me. Also, er sagt, er braucht Hilfe. Irgendetwas verfolgt ihn. Wir müssen ihm helfen. Ich kann jetzt sagen, komm runter. Du musst also kommen, äh, beruhige dich. Du musst ruhig bleiben. Wo bist du over? Oder was meinst du? Was verfolgt dich? Ich würde jetzt mal das erste sagen, er soll sich beruhigen. Aber eigentlich würde ich, ich würde eigentlich sagen, was verfolgt dich? Ich weiß es nicht. Oh, da kommt ja voll viel rein. Danke, WhiteTommy für zwei Monate. Schöne Weihnachten an dich. Danke, MrGutsGaming for nur bits. Danke, Keule für den Prime. Also, er sagt, er wird sterben. Wir müssen ihm helfen. Ich habe ihm gesagt, ich mache das Licht an. Was war denn das jetzt? Habe ich zu lange gebraucht? Ich glaube, er ist gestorben. Lost on Fire. Danke für den Prime. Oh, er ist gestorben. Er ist gestorben. Ich habe zu lange gebraucht. Holy shit, der Arme ist gestorben. Das wusste ich ja gar nicht. Hey, wir haben ein Secret Ending. Das hat noch niemand. Oh mein Gott. Danke, Eva, für zwei Monate. Wenn ihr wisst, was das Schöne ist, ihr habt ihn umgebracht, weil ich habe eure Subs vorgelesen. Ach, krass. Ach, krass. Wir haben zu lange gebraucht, um zu antworten. Weil wir mussten eigentlich das Licht anmachen. Und dann hätte er quasi uns gerettet. Dann hätte er gewusst, wo er hinlaufen muss. Bit serious. Danke für den Prime. Thea Reixia. Dankeschön für zwei Monate. Danke, Lintrick, für den Prime. Aha. Ach, krass. Ist das neu? War das immer schon so? Hups. Ihr habt ihn ermordet, nicht ich. Also, es geht um irgendwas Gruseliges. Volles, gruseliges Geräusch, Alter, ey. Okay. Use Radio. Okay. Widerliche Scheiße. Okay, also. Auf jeden Fall, ein Wanderer hat uns quasi kontaktiert jetzt gerade. Ich habe zu spät geantwortet. Ich hätte eigentlich... Guck, da hinten ist der andere Turm. Ich hätte eigentlich das anmachen müssen. Ähm, damit... Das hätte ich machen müssen. Damit er weiß, wo wir sind, habe ich nicht gemacht. Deswegen wurde er direkt gekillt. Es war dieses ekelhafte Geräusch. Holy shit. Ist das ekelhafte Scheiße, oder? Boah. Das war ekelhaft. Hab grad voll Bock auf das Game. Oh, jetzt. Tower 4. This is Tower 2. Ja. So. Tower 4 ist jetzt fertig. Hat grad Licht ausgemacht. Sau cool, dass wir das auch gemacht haben. Ist jetzt fertig. Geht jetzt schlafen. Wir sind jetzt aber noch hier draußen. Und, äh, ja. Wir haben Angst. Denn wir bekommen gleich einen hysterischen Anruf. Oder beziehungsweise... Diese Geräusche. Ich würde sie jetzt so durchdrehen. Ihhh. Ekelhaft. Hier. Hallo? Hallo? So, ja, da ist er jetzt. Anyone there? Say nothing. Ach, ich kann ihn auch töten. Ah. Hier. I saw this channel listed over the trails out here. I need you to help me. Something... I lost and something is chasing me. Please. You have to help me. Also er sagt, bitte hilf mir. Es ist irgendetwas hier und verfolgt mich. Okay. Was verfolgt dich? Ich weiß es nicht. Something started chasing me, so I started running. Okay. You have to help me. I'm going to die out here. Er stirbt hier, sagt er. Okay, alles klar. Äh. Ich werde das Licht anmachen. Over, habe ich ihm gesagt. So, jetzt muss ich schnelles Licht anmachen. Wenn ich es nicht mache, haben wir gesehen, wird er gefangen genommen. Beziehungsweise getötet. So. Hier ist das Licht. Yes. Okay. 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 Ich sehe es, sagt er. Er kommt zu mir. Danke. Okay. So. Jetzt müssen wir aber darauf achten, Leute. Weil jetzt wird es richtig gruselig. Scheiße. Attention. Switch is broken. Habe ich jetzt nicht gemerkt. Okay. Hey. Weißt du, ich weiß wie was passiert ist. Ich habe gecampt. Ich bin alleine wandern gegangen. Einfach so für mich. Das war so ein Fehler. Frische Luft. Ein bisschen gehen. Ja, das dachte ich, tut mir gut. Aber tut mir leid, wenn ich dich damit stehre. Ich versuche nur, mich abzulenken, weißt du. Ich werde mich wieder melden. So. Danke, Rocco, für den Stufe 1. Danke. So. Und jetzt müssen wir aufpassen, Leute. Denn er wird verfolgt. Und das Ding, das ihn verfolgt. Das kann Stimmen imitieren. Hier. Carnation Rock Trail. What should I do? Okay. Er sagt uns jetzt quasi, wo er ist. Carnation Rock Trail. Wir müssen ihm sagen, wo er lang soll. Das heißt, er ist gerade hier. Das heißt, er ist gerade hier. Er will jetzt wissen, ob er gerade laufen soll oder den Bogen machen wird. Die Frage ist, wer spricht gerade zu uns? Wir wissen es nicht. Und deswegen würde ich sagen, locke ich ihn mal hier hin. So. Den Bogen. Take the left the right path. All right. All right. Danke, Xana, für den Prime. Es haben schon einige von euch gecheckt. Der redet gerade sehr entspannt und ruhig. Dafür, dass er gerade verfolgt wird. Ist es jetzt das Monster, das wir zu uns lotsen oder nicht? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt selber nicht. Ihr müsst mir gerne helfen. Ich will nicht, dass das Monster herkommt. Okay, wir warten jetzt. Das ist gruselige Scheiße, ey. Ach, ich kriege Gänsehaut. Ich finde sowas, sowas finde ich teilweise geil an Horrorgames. Wenn du gar nicht wirklich, wenn du weißt, es baut sich was widerliches auf und du bist dafür verantwortlich. Unbestimmt. Ein Fehler. Ah, ih, da sind Augen. Okay, das war 100 pro nicht er. Das war das Monster. Wir haben ihn mit Absicht falsch gelehrt. Das ist gut. Konzentration. Okay. Oh. Oh. Da hinten ist er. Ein Baum fällt um und man hört ein Geräusch, das nicht von einem Menschen stand. Okay, ich muss jetzt schnell rangehen. Ach du Scheiße. Just keep on the path, okay? You're almost here. It's just the tree falling down. Okay. Ja. Es verfolgt mich immer noch. Hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Ich kann dir nicht helfen. Du wirst sterben. Hey, ich hab's verloren. Aber ich hab auch den Weg total verloren. Okay, das ist jetzt 100 pro wieder nicht er, oder? Er sieht ein Lake. Eine Höhle? Eine Mine? Irgend so was in die Richtung? Okay, er sieht eine Höhle und eine Mine. Das kann ja eigentlich nur hier sein. Er ist hier. Ich möchte nicht, dass er zu mir kommt. Hier bin ich. Ich bin hier. Er ist hier. Ist jemand hier und... Okay. Er head toward the lake, go toward the mine. You can find a way back to the trail. Ey, was soll ich... Oh Scheiße, jetzt hab ich ver... Oh no, jetzt hab ich nicht... Oh, ich hab zu lang gedauert. Ich hab zu lang gebraucht. Scheiße, ich hab zu lang gebraucht, Mann. Motherfucker. Fuck. Nein, 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 nein. Ich antworte dir doch, Mann. Nein. Scheiße. Geh hier lang. Geh da lang. Geh zu den Minen, Alter. Red mit mir. Oh, ich hab verkackt, Mann. Scheiße. Ah! Kommt näher aus dir schon. Oh mein Gott, er ist schon so nah. Ihhh. Verpiss dich. Äh. Danke für 200 Bits. Danke Staubi für den Stufe 1 Sub. Danke Xan für zwei Monate Prime. Hör auf mich zu beobachten, du Drecksau. Äh. Scheiße. Ich glaub, der Typ ist tot, ne? Okay. I guess it's not so bad. Not really. Oh Gott. Soll ich es zum Rennen bringen? Ach du Scheiße. Er ist direkt... Er hat ihn. Er hat ihn. Wir haben verkackt. Ich sag extra wir, damit ich mich nicht so alleine schuldig fühle, Mann. Ach du Scheiße. Das Monster steckt... Oh fuck. Unangenehm. Unangenehm. Warum ist hier eigentlich... Danke German für den Primey. Ich mach das Licht auf gar keinen Fall mehr an, weil sonst kommen die beide, äh kommt er auf 100 pro her. Ja. All right. All right. All right. Okay. Okay. Ähm. Looks like I'm getting on to, äh... Grace Wind Lake Pass. Grace Wind Lake Pass. How much longer until I'm over to you? Oh, ich schicke ihn zum Tower. Ich schicke ihn zum Tower 4. Warte, warte, warte. Das ist nicht er. Ja. Just keep on the trail and it should take you right to the tower. Turn off and take the secondary trail. Ja. Dann geht er nämlich nicht zu mir. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Ja, ja, ja. Dann müsste er zu Turm 4 jetzt gehen. Oh mein Gott. Bitte. Hoffentlich habe ich recht. Bitte verpiss dich einfach nur von mir. Du Assack. Ich bin Tower 4. Ich bin Tower 4. Was? Ich bin Tower 4? Nein, ich bin... Ah, ich hab zu mir gelohnt. Nein. Ich bin Tower 4. Ich bin Tower 2. Hahaha. Sibo, dankeschön für ein, zwöl Monate. Nein. Ich hab ihn zu mir gelohnt. Kann ich das noch ändern? Something like that to stick to the path. Fuck. Oh mein Gott. Wie dumm kann man sein? Oh, bin ich dumm. Oh mein Gott. Bin ich einfach nur dumm, oder? Okay, ich schau schon mal weg. Ach du Scheiße. Wir alle schon RIP schreiben, ne? That's it. Fuck it. Aber der Typ ist eh schon tot, oder? Weil es kam ja dieses komische Geschrei. Das heißt ja, dass der Typ eh schon am Arsch ist, oder? Ich möchte bitte in der nächsten Runde, dass der Typ am Leben bleibt, ja? Oh, das ist er wieder. So. Dann sag mir doch bitte mal, wo du bist. Muss ich jetzt kurz das Licht anmachen? Kann das sein? Oh Gott. Ich glaube, ich muss ganz kurz das Licht anmachen, ne? Okay. Was? You should be done. Oh nein, jetzt hat das Monster... Ah! Ah! Oh mein Gott, Schatz, Hilfe! Fuck my life, ich bin tot. Ich hab... Oh Mann, es ist ein Scheißspiel. Toll, dass ihr euch das ausgesucht habt, Leute. Two fresh disappearances. Also zwei frische... Also es sind wieder zwei Leute verschwunden. Weil Gnu zu dumm war und einfach nur die Subs vorgelesen hat. Außerdem hat sie verkackt und hat das Licht angemacht. Deswegen kam der Goatman. Die Community freut sie und lacht und ist einerseits auch empört, andererseits finden sie's geil. Deswegen fordern sie Gnu auf, noch einmal eine Runde zu spielen. Denn sie wollen sehen, dass der Hiker überlebt. Ich wollte dich die Credits anschauen, verdammte Scheiße. Ja, wir spielen nochmal, aber jetzt will ich bitte gewinnen. Ich hab gerade ernsthaft geschrien, Holy. Sorry, ich bin auch voll erschrocken, dass die Drecksau schon da war. The Goatman. Hey, ich wusste gar nicht, dass mein Freund hier eine Rolle in dem Spiel hat. It's the Goatman. And don't come back no more, no more, no more, no more, no more. The Goatman, don't you come back no more. Okay. Okay, nochmal, Leute. Jetzt bitte mir helfen. Ich möchte, dass der Typ gewinnt, ja. Und dann aber auch bitte schnell schreiben, weil wir haben Zeitdruck. Es ist so richtig under pressure. Okay. So, nochmal. Nichts ist passiert, alles ist fein. Turm... Soll ich mal Turm 4 auch ignorieren? Weil ich glaube, dass Turm 4 dann auch da bleibt und das Monster Turm 4 tötet. Wenn ich nämlich jetzt nicht sage, dass ich jetzt noch da bin, muss er wach bleiben. Soll ich das mal machen? Ja, komm. Wir lassen Turm... Turm 2, Turm 2. Tower 4, this is Tower 2. Tower League Radio Chat. You there? Over. Nö, ich bin nicht da. Ich möchte, dass du getötet wirst da oben. So. Ich sag mal nix, weil ich möchte, dass Turm 4 noch... äh, Turm 2 noch ein bisschen arbeitet. Und diesmal werden wir garantiert nicht. Tower 4, this is Tower 2. Now we're on the radio check. Over. Nö, du arbeitest jetzt noch. You there, buddy? Come in, Tower 4. Do you copy? Over. Nein, ich schlafe. Mach du heute mal eine Nachtschicht, Mann. Hit the road check. Don't you come back no more, no more, no more, no more, no more. Ich möchte, dass du noch ein bisschen machst heute. Ja, da oben. Ist doch so schön heute. Tower 4, this is Tower 2. Tower League Radio Check. Over. Ich glaube, er sagt immer wieder das Gleiche. Everybody? Come in, Tower 4. Do you copy? Over. Ja, ich muss das sagen. Ganz, ganz... So. Jetzt, Leute. Bitte helft mir. Ich will, dass der Typ überlebt. Okay? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more, no more, no more. Hallo, Miley. Hello? So. Hello? Is anyone there? Ist es jetzt der Hiker oder ist es jetzt das Monster? Okay, ich beruhige ihn jetzt mal. I need you to help me. Something... I lost and something is chasing me. Please. You have to help me. Das bin ich auf der Gamescom. Calm down. You need to stay calm. Wo bist du? Okay. Okay. Wie soll ich dir helfen? Okay, ich mach jetzt mal das Licht an, ne? Ich muss das Licht jetzt anmachen, ja? Weil sonst weiß er ja nicht, wo ich bin. So. Auf geht's. Okay. Okay, er kommt jetzt zu mir. Theoretisch muss ich ja gar nichts mehr sagen. So. Boah. Frohe Weihnachten an alle, btw. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ich muss immer noch einen Fudel vergessen. Das ist auch noch er, oder? Das ist Monster? Okay. Okay. Oh Gott, das ist gruselig, ey. Was soll ich das wissen? Danke, Moonshiner, für den Prank. Okay. Der ist so ruhig, sonst warten wir mal ab. Okay, Leute, wir holen ihn da raus. Ich hol dich da raus. Danke, Kniffon, für zwei Monate. Frohe Weihnachten auch an dich. Dankeschön. So. Gut. Ich sag ihm jetzt, take the right path, oder? Over. Also er soll ja quasi diesen Bogen nehmen. Das heißt, nimm den rechten Path. Take the right path. Weil dann braucht er länger, ne? Yay? All right. All right. Das ist gruselige Scheiße, dass der seine Stimme nachmacht und mich kontaktiert. Das ist richtig ekelhaft. Das fand ich schon bei Until Dawn so gruselig. Ich muss auf seine Atmung achten. Und wieso achtest du nicht auf meinen Kommentar? Weil hier tausend Leute reinschreiben. Mensch. Monster muss zur Mine. Hiker zum Turm 2, wenn du euch beide retten willst. Okay. Un-Mistake. Ein Fehler. Holy Shit, das ist ekelhaft. Richtig widerlich. Er sieht ja eh, wo ich bin. Warum fragt er mich dann so dumm? Ekelhaft. Das ist echt geil gemacht, das Game. Er sagt ein Mistake, weil er gemerkt hat, dass ich ihn falsch gelotst habe. Deswegen sagt er, ein Fehler. Du hast einen Fehler gemacht. Auf Taschenlampe achten. Welche Taschenlampe? Ich habe doch gar keine. Taschenlampe? Wo? Wo ist eine Taschenlampe? Du stellst genau da, wo der Typ vorhin stand. Ach, auf die Taschenlampe achten, ja? Ah, jetzt sehe ich, wo er langlatscht, ne? Heike, 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 okay. Just keep on the path, you're almost here. It's just the following, okay. No, no, no! Did you hear that? Die Musik ist so ekelhaft. So geil. So würde ich auch reagieren. Alter, die Musik ist so widerlich. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Das ist nicht er. Okay. So, what do you see? Any landmarks? Er sieht ein Lake. Und eine Cave. Something like that. So. Head towards the Lake. It will put you back to the trail. Go towards the Mines. The Mines. Ich sag jetzt, er soll in die Minen gehen, oder? Muss er in die Minen? Schnell, er muss in die Minen, oder? Er muss in die Minen, er muss in die Minen, ja. Okay. Okay. Oh Gott. Geh in die Minen, du Arsch. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diese dummen Hirsche. Halt euch am Maul. Hier kann Tower 4 oder einfach Schlaf, Tower 2, einfach schlafen gehen, wenn ich hier alleine bin, Mann. Super, machst du das? Dankeschön, danke euch. Nachdenken. Beobachtest du den Lake? Oh mein Gott. Das ist eine widerliche Scheiße, ey, verpiss dich doch. Oh mein Gott, ich war zu kurz. Hat er jetzt schon wieder den Heikor bekommen? Hat er wieder den Heikor bekommen? Oh mein Gott, ist der Heikor tot? Das ist das Monster, oder? Was soll ich sagen? Kannst du dich einfach verpissen? Wirst du ihn retten? Oh mein Gott, fuck you, wo bist du? Oh mein Gott, verpiss dich, frag mich nicht so widerliche Scheiße. Alter. Ja, ich werd ihn retten, wenn er mich nochmal kontaktiert, hysterisch. Hey Heiko, bitte kontaktiere mich hysterisch. Ach du Scheiße, ey. Er soll zu Tower 2 gehen, er fragt mich nichts mehr. Eine Fork in the road, head of the power, keep on this path straight to me. A Fork in the road. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Scheiße, ich weiß nicht, wo er ist. Was soll ich ihm jetzt antworten? Warte mal. Head of this path to the left, keep on this path straight to me. Oder das hatten wir vorhin. Das muss ich jetzt sagen, weil vorhin ist er abgebogen, oder? Okay, let's go. Das ist die andere Antwortwürdigkeit. Oh mein Gott, ich hab das Gefühl, dass sich jemand beobachtet. Oh mein Gott. Was? Weil das andere hat ihn ja vorhin zu mir gelotst. Ich verfolge dich, ich verfolge dich. Nein, rip 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 rip. Nein, das hat ihn zu dir gebracht. Hello? Hello? Hallo? Is jemand da? You're going to die out here. Du bist im Sterben. Äh, war ich jetzt tot? Waren wir jetzt tot? Du musst left nehmen. Okay, wir machen nochmal. Okay. Also ich muss am Ende, es ist immer etwas anderes. Es war dieses Mal eine andere Kreuzung. Weil wir ihn durch die Minen geschickt haben, ne? Deswegen. Ich wusste nicht, wo er war. Wir machen es nochmal. Der Hiker war tot. Okay. Oh mein Gott. Okay. Der Endscreen war zu kurz. Du hast vergessen, das Licht anzumachen. Hä? Warum denn nochmal? Da kommt doch das Monster. Wie rettet man denn beide? Das Spiel gratis? Ja, das ist gratis. Das ist gratis. Do you copy heißt es. Do you copy. Ich geh mal ganz kurz pieseln. Ich bin gleich wieder da. Ich geh jetzt do you pissen. So. Ich mach schön laut für euch. Weil es soll euch die Arschbecken. Arschbecken? Ist eigentlich schon laut, oder? Ja, ist laut. Gut. Okay. Wir haben dieses Spiel schon ein bisschen lang öfter gespielt. Wir versuchen jetzt diesmal, wenn wir es hinkriegen, alle am Leben zu erhalten. Dankeschön an Sandort für den Prime. Neck der, jetzt kommt das Video auf den Hauptkanal, äh auf den Zweitkanal, ja. So. So. So eklig diese Geräusche, ne? Voll eklig. Ich hab's ihnen schon gehört von Weitem jetzt gerade. Er hat irgendwie so ein bisschen Until Dawn Flashbacks für mich, was ich sehr mag, muss ich sagen. Er hat einfach rausgemacht. Kann ich eigentlich auch, wenn ich das Licht immer anlasse, das Monster direkt zu mir holen? Wisst ihr das? So. Wir schaffen es diesmal. Copy, this is fire for over. Er braucht die Hilfe. Er hat sich verlaufen, irgendwas jagt ihn. Wir müssen ihm helfen. Calm, you need to calm, also Saku sa ruhig bleiben. Du musst mir helfen, ich werde hier sterben. Okay, ich mach mal kurz das Licht schnell an. Der arme kleine Racker. Okay, let's go. Okay, sehr gut. Er kommt jetzt zu uns. Es war doch safe sterben. Doch sowas nicht. Schau, ich weiß nicht, was jetzt gerade passiert ist. Ich wollte nur campen. Einfach so alleine für mich wandern gehen. Nur für mich. Ich... Es war so ein Fehler. Frische Luft. Ein bisschen laufen. Es tut mir leid. 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 Ich muss zurück, wenn es tut mir leid. Okay, das ist das Monster. Also nichts tun. Tower 4. Wir sind Tower 2, gell? Ne, wir sind Tower 4. Genau. Rechts. Ich sage jetzt, dass er nach rechts geht, weil er läuft, er ist hier und er läuft jetzt hier lang und gerade spricht das Monster mit uns, weil das Monster kann Stimmen imitieren. Das heißt, das Monster läuft jetzt hier lang, während der Heike wahrscheinlich hier lang läuft und nicht erwischt wird. So gruselig, diese Geräusche. So gruselig. Ich würde hier nie schlafen. Also nie. Auch wenn die Tür auf ist. Monster gechillt, Heike aufgeregt. Ein Fehler. Voll gruselig, echt. Ah, ich kriege schon wieder Gänsehaut. Da, so richtig gruselig, ey. Da würde ich heulen. Was sollen diese ganzen Zettel eigentlich auf dem Boden? Unangenehm. Was war das? Did you hear that? Oh mein Gott. Yeah, just keep on the path, okay? You're almost here. No, no, no. Did you hear that? That is not. It is still, Jake. Did you see that? So geil. Was soll ich ihm jetzt raten? Ja, das ist jetzt das Monster. I definitely lost the trail too. Okay. See you, any landmarks? I think I feel lake and a cave of mine, something like that. Okay. Head towards the lake. Go towards the mine. Ich muss in die Mine, gell? Mine. Ja, der muss auch in die Mine. Ja, der muss auch in die Mine. Du musst mich hier rausholen. Ich schulde dir was. Lass es bis hier mal so bleiben. Okay. Okay. Wer geht jetzt zur Mine? Sie streamt Squad allein. Ja, niemand möchte joinen. Ich stimme, ich habe allein einen Squad-Stream an, ne? Typ muss zu Tower 2. Okay, müssen wir jetzt gleich helfen. Buselige Scheiße, ey. So, dann müssen wir gleich helfen. Der ist jetzt in der Mine. Oh Gott, wie gruselig. Ey, ich würde so heulen, ne? Ist das gruselig, also ich würde spätestens jetzt, würde ich jemanden anrufen, der Typ bleibt ganz schön entspannt. Holy shit. So, maybe you want to level with me? Willst du das mit mir anlegen? Is this your idea of prank? Ist das irgendein Prank? Gut. I get it. I'm not messing with you. Ah, sorry. Good. Alright, good, good. That's good. Good. Are you going to save us? Wirst du ihn retten? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Muss ich jetzt irgendwas machen? Schon geil gemacht, so hier oben und so gruselig alleine. Also es gibt einen Camper und es gibt einen Monster und das Monster kann Stimmen imitieren und spricht mit mir die ganze Zeit und ich weiß nicht, ob es der Camper ist oder das Monster, den ich zu mir lotse. Da muss man genau hinhören, weil man es manchmal an der Atmung und so erkennt. Okay. Es sieht aus wie ein anderer Fork in the road. Any advice? Any advice? Head off the path to the left. Keep on this path. Straight. Straight. Shot to me. Welches? Obere, untere. Head off the path to the left. Links, oder? Ich weiß es gerade nicht, deswegen helft mir. Sicher? Oben? Okay. 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 Ich hab das Gefühl, dass dich jemand beobachtet. Dich. Alter. Danke für den Tim. Oh mein Gott. Hier beobachtet mich aber niemand, oder? Das gruselige Scheiße, ey. Aber der Haik hat sich gar nicht mehr gemeldet, ne? Oh mein Gott. Das ist so... Ruhig! Hallo, hallo? You there? Where am I? Where did you send me? Because I just turned up to some empty tower. I already told you. This is not... But I have had an extreme view of all night. So please, just tell me where you are. Show me where you are. Okay. I need to tell that I am not alone out here. Oha, das ist Monster? Voller Schauspieler. Ach so, wenn ich jetzt das Licht anmache, bin ich tot. Deswegen mache ich jetzt nichts. Ach krass, okay. Jetzt mache ich nämlich nichts. Sonst, wenn ich das Licht anmache, kommt der und bringt mich um. Ach krass, okay. Oh mein Gott. Okay. Ach so. Oh. Thank you. Ah, den Heiker haben wir jetzt gerettet. Ah, wir haben es geschafft. Weeeee! Geil. Ist ein geiles Game. Ich finde, genau das macht Horror Games aus. Du bist allein, du bist oben, denkst du bist safe. Und wie ich es schon letztes Mal gesagt habe, wie in Until Dawn, wo diese Vendigos die Stimmen imitieren können. Das ist so gruselig. Oder auch Horror, den du erst später schnallst. Wenn du das Game das erste Mal spielst, dann schnallst du ja gar nicht, dass das Monster den Hiker nachmacht, sondern du checkst es erst später, wenn du über den Goatman liest, dass der Stimmen imitieren kann. Das finde ich so geil gemacht. Also richtig, richtig nice. Wir sehen uns morgen wieder. Und jetzt ganz viel Spaß in drei, zwei, eins und los! Viel Spaß! Jetzt wird geradet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!